An dessen du da 10 Bäume gefällt hast, sind du da 10 neue nachgewachsen. Ja. Okay, äh, ja, willkommen zurück zum, ja, Let's Play Minecraft. Minecraft. Ich hab in der Zeit, wo ich kurz angerufen wurde, noch ein paar Bäume gepflanzt. Ich hoffe, es hat... Aroschenkraft. Alter, äh, ist dir aufgefallen, Dennis, wir dürfen... Alter, das ist voll schlimm. Guck dir mal, diese Riesenbäume an, die da wachsen. Na, voll erotisch. Nein, diese Riesen-Riesenbäume, siehst du das? Guck mal, Dennis, guck mal von deiner Seite aus nach links. Guck dir mal die Bäume. Ja, ich hab den schon gesehen. Nein, das ist ja ganz groß, das ist ja ein dreifacher Baum. What the fuck? Alter, ist das ein bisschen arg groß, kann das sein? Aber egal, den Baum geben, wenn der Katz geht. Aua! Alter, ich bin mir nachher Urin plus C. Was, Urin? Ja, Urin plus C. Äh, lol. Ja, aber ich glaub, das ist ganz cool, wenn das jetzt, äh, doch... Äh, und so isch, weisch? Bla. Ich würde, glaub ich, den Wald... Ähm, mach's, ich mach mal. Ich würde den Waldbau jetzt, glaub ich, mal stoppen, bis bevor der noch ein bisschen ausartet. Ja, ähm, ich werde mal ganz kurz in die Hilde da gehen, ein bisschen Stein abformen, und dann werde ich uns mal ein paar Stein-Exte machen, okay? Exte? Warum? Warum nicht Eisen? Das geht doch viel schneller. Ja, natürlich, aber dann müssen wir zurückgehen, wir haben eh nicht allzu viel Eisen. Oh, das ist ein Krimer, ist viel. Ein Gräper. Ich hab jetzt angefangen, ich mach's kurz ein paar. Okay, ja, ich geh, ich wollte eigentlich jetzt eh gleich drübergeben, ist es nicht, wir brauchen noch ein bisschen Erde, dass ich hier noch, äh, ein paar Unebenheiten ausbessern kann, dass wir danach... Willst du das jetzt machen? Hä? Ey, farm doch erstmal Holz. Das mit den Unebenheiten und so können wir noch später machen. Okay. Äh, ja, an sich schon. Alter, wie viel Tablings ist dein Leck nicht am Arsch. aber es wie extrem hart großes Wörter die euch immer aber nicht ich habe nicht ich mache jemanden er will wir machen uns also ganz kleines Lager okay mit Prozent mit den Dingen dritten werden an der Welt bleibt da mitten bleibt also darüber die ganze Blumen steht aber auch das Haus Bordel an der Beuteiligung ja weil ich war nicht da mal ich da noch mal eine Truhe dann hin und so was dann wo ich das alle ich bin überwürgt bei der Walze große Prozent in der Mitte der Gäste bis zum Berg runter also das ist eine coole weißt du in der Mitte der Haustritt Ah haus Creeper Ah ja Mama lol der ist der jetzt explodiert ja dann bauen wir jetzt hier in die Kuhle rein so voll toll das teilt hier okay egal ja lassen wir das so schön hier ist die Workbench so ich mache hier mal kurz ein bisschen kistentechnisch was hin ich habe irgendwie voll Angst weil ich weißt du was ich habe vorhin ein paar Schafe gekillt so mach mal ich mach mal zwei Betten weil ich habe keinen nicht damit wir hier spawnen sondern einfach dass die Nacht rum ist damit keine Creeper kommen tun wir in die eine Kiste nur Zepplings in Holz rein und in die andere Kiste irgendwie anderen wenn es darf legen wir uns kurz nicht weg äh ja gerne und das ist mir bei Fick dich ich habe keine Erde mehr ich habe keine Erde mehr warum ja bei Monster bei Monster bei Monster bei Monster bei Monster wahrscheinlich das gibt's aus was was ist das was ist das hinter dir Creeper Lauf! Tschüss mit ihm! Ist gerade außer! Okay, gleich geht's jetzt! Reine in die gute Stube! Alter! Ihr dumme Penisse! Weck mir doch die Eier, ey! Schmackofatzig, Alter! Da ist doch niemand! Du bist mir echt bausten! Doch hier ist ein Monster nearby! Ja klasse, die schaut doch sehr nir! Niere! Oh my god! Prima! Alter wie le... Alter wie viel... Alter Creeper! Hab die Creeper kaputt gemacht! Muss die Spinne... Muss die Spinne kaputt machen! Ah, ich hab schon verzaubertes Schwert und irgendwie ist das trotzdem noch irgendwie low! So, next try! Rise einfach immer mal wieder! Es wird eh bald wieder da, glaub ich! Ja, komm scheiß drauf! Dann lass uns diese Nacht! Ähm, dann mach ich uns mal ein paar... Ein paar... Wo, wo, wo! Okay! Mach mal ein paar Äxte! Tu dann die Äxte! Ah! Ich bin voll rein! Scheiß da wieder, Alter! In der Mitte! Jetzt verreck! Ist doch scheiße! Wir brauchen Erde! Fuck Erde! Ähm, ich werf dir mal ein paar Äxte hin, okay? Ja! So! Zwei Stück! Nein, drei! 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 Das ist schnell von dir! Bitte! So! Also! Als erstes haben wir gesagt, äh, Holzfarm! Ja! Einfach den kompletten Wald mal abholen! Oh mein Gott! Das wird hart! Dauert zwar, aber wir brauchen halt, glaub ich, megamäßig viel Holz, wenn der Baum halbwegs ähm, robust aussehen! Ja, also dann dürfen wir eh nicht sparen! Nee, warte mal! Ich muss eh Eisen holen für die, für die Scheren, dass wir uns jetzt schon mal Blätter sammeln, weil Blätter brauchen wir auch ohne Ende! Und, äh, ich geh mal kurz Eisen holen! Ich geh mal kurz Eisen holen! Ich geh mal kurz Eisen holen! Dann wollen wir einfach mal 2,64 oder so! Ja, ich... Ich... Rush da kurz hin! Ich bin ja mal echt gespannt, wenn wir dann irgendwie den Baum bauen und nebenher noch alle Sepplings irgendwie wachsen! Wie hart übertrieben einfach nur der Wald danach aussehen wird! Äh, das würde ich gar nicht wissen! Ach, leck mir die Kajones, ey! So, haben wir hier noch Eisen? Lecker Holz! Schmackofahrt! Boah, ich freu mich richtig! Und mit... Nachher werde ich ja Pizza Venedig was bestellen und währenddessen die Trash halt angucken! Oh, ja! Ähm... So... Du bestellst dir auch was, gell? Ja, ich... Ja, wahrscheinlich schon, weil meine Mutter hat ja keinen Salat da gelassen! Ich habe alles mitgenommen! Und, äh, daher denke ich schon, ja! Ich hab nie... Guckst du dir dann, äh, wetten das an, oder? Äh, ich... Guck mir vielleicht wetten das an! Julian Rapp stürzt sie an, sagte heute wieder Daisy! Oh, man! Oh! Oh! Oh, oh! Von da, ho, ho! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Prozent für uns hat es Prozent aber wir haben kaum mehr Eisen dann ist das ist von der Hauptmann 6 6 da war die Problematik mit 64 6 Min 4 5 wir haben noch 3 64 6 und 25 erst wie wenig das ist im Gegensatz zu bald zu so ja es ist nicht so megamäßig viel wir haben jetzt noch nicht gar mit zweieinhalb 64er steckst wir müssen auf jeden Fall Wurstbrot ja wir können ja wenn wir den Baum fertig haben wenn wir mal anfangen was neues zu bauen mein zu gehen nur ich will halt ganz gern den Baum halbwegs fertig stellen wir brauchen wir sonst noch was von dir ich bin mal ein paar Facken mit hier sind sogar noch Scheren drin die bring ich mal mit alles klar ansonsten ist da nichts für das wir brauchen können Max wollen wir die Monster bei mir stehen lassen und um den großen Baum drum rum nur so Monster bei mir pflanzen? nö ich fände es glaube ich ganz gut sogar wenn da wenn die Monster bei mir da stehen einfach nur aus dem Grund weil wir dann äh ja den ich glaube das wirkt im Endeffekt viel dschungeliger da so riesige Bäume dann irgendwann im Endeffekt stehen weißt du außenrum immer so kleinere also dann machen wir die machen wir die kleinen Bäume kaputt und wenn wir dann nachher den großen Baum fertig haben pflanzen wir halt ganz viele Saplings nebeneinander und dann ja also im Endeffekt im Endeffekt ist es kein Problem denke ich mal also du kannst die großen Bäume auch abholzen würde ich aber allerdings nicht machen ich würde glaube ich nur die kleinen abholzen weil einfach einfacher ist weil die großen da brauchen wir viel länger xonotik aber warte mal ich nehme gleich mal ein Ding mit boah okay ich habe ja immer noch mal ein ranziges alte Sennheiser Headset alter ja ich wollte gerade sagen aber die Mikrofonqualität ist aber ganz gut ich bin zu dumm ich bin zu dumm ich bin zu dumm so ich bring gleich mal ein 460er der Knochen mit noch ne weil irgendwie ähm xonotik aber ich muss das nicht dazu sagen obwohl das Headset eigentlich so klein ist okay ja und ist eigentlich so billig war ich nicht immer also billig ja es geht also das war schon ist halt Sennheiser weißt also das war ich war schon nice und es hat auch 30 Euro gekostet eigentlich oder? ja war ja wunder gesagt ja aber so im Vergleich jetzt zu dem Hetze das ich eigentlich jetzt gerade gehabt habe dass ich am Tisch zerschmettert habe ich glaube eine andere Geschichte ja ganz ehrlich denn das gerade aus solchen Gründen zeige ich solche Spiele nicht weil du kennst mich ey weißt du das war so kurz davor alter weißt du nicht weißt du ich spiele es halt einfach trotzdem ja ich weiß ja ich weiß ja egal ist das kommt eh jetzt kommt eh Black Ops 2 raus und dann du holst du ja die schwarze OP 2 oder? natürlich ich hoffe einfach mal das Spiel gut wird brauche ich nicht wenn es so mit WM wenn es so mit WM B3 alter dann dann das brauche ich dafür das brauche ich dafür das brauche ich dafür ein Battle äh BattleEye ey was labere ich doch BattleEye ne das schwarze das heißt es könnte möglicherweise wenn wir gehen ah ok dann werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch rum weil ich will jetzt endlich mal wieder ein Shooter spielen und diese Scheiße ich bekomme das nicht hin und daher werde ich darauf verzichten ganz einfach für irgendeinen neuen Shooter kauft und wenn Black Ops 2 rauskommt ist das nicht mal so schlecht also können wir auch mal online was aufnehmen jay wenn du Lust hast ja Black Ops 2 werde ich so das aussuchten da würdet es euch anbieten dass man da was aufnimmt ok Ksono Dick oh ich bin übrigens wieder da ich hab ein bisschen Holz mit äh ich hab ein bisschen äh ich hab Eisen mitgebracht 264er Stacks ich hab äh äh ich hab Ding mitgebracht Hodenkrebs äh äh nein äh hier Erde hab ich bisschen mitgebracht und und